ahoi leute und herzlich willkommen zur review von folge 9 von digimon adventure 2020 und ja wir haben aktuell die folge erreicht die mir persönlich am besten gefallen hat die meiner meinung nach alles gehabt hat was so eine folge so haben muss und die auch wirklich so ein aushängeschild werden könnte gerade was das emotionale angeht aber auch die kampf choreografien all das ist hier auf einem sehr guten vor allem man muss es leider so sagen für einen auf digimon niveau gesehen oder digimon standard gesehen guten niveau gewesen und darüber will ich hier in dieser review mal sprechen wie immer findet ihr den link zu den episoden unten in der video beschreibung aber ja leute die heutige folge hat wirklich sehr sehr viel gut gemacht hat auch da weitergemacht wo die letzte aufgehört hat denn wir haben dann noch mal die richtige auseinandersetzung mit ogre mon gesehen wir hatten ja schon gesehen dass ogre mon ja so ein paar kleine probleme hat gegen die digeritta und hat vor allem dann von devimon einen eingestiehlt bekommen und ja letzten endes wollte ogre mon aber nur seinen ehrenhaften kampf denn er hat ja in einer der letzten folgen ein horn verloren im kampf gegen raymond und das wollte er so ein bisschen dafür wollte er sich so ein bisschen revanchieren und ja deshalb war sein einziges ziel sich mit graymond zu messen das war auch so der größte teil dieser folge hier was wir gesehen haben und ich persönlich fand das echt gut also dieser kampf war echt gut leute ich meine wir kennen es ja früher aus der alten digimon serie also die die damals in den 90ern ende der 90er beziehungsweise 2000 bei uns dann lief da war ein kampf gerne mal einfach nur eine attacke ein schuss kampf vorbei vielleicht mal zwei attacken das ist wirklich generell hier bei digimon adventure 2020 vorbei hier haben wir richtige kämpfe haben wir richtige kampf choreografien wo auch nicht nur die attacken hin und her geballert werden sondern wo auch so ein bisschen ja mit anderen mitteln gekämpft wird und das gefällt mir persönlich sehr sehr gut weil das den folgen und den kämpfen auch ein bisschen mehr wert gibt und es irgendwie auch von dieser von dieser stufe runter nimmt das ist jetzt kein anime mehr der werbung für figuren für karten oder irgendwie sowas dergleichen machen soll sondern der anime ist jetzt hier wirklich für fans gemacht worden natürlich auch um hier figuren zu verkaufen sehr wahrscheinlich aber dennoch hat das ganze hier noch einen gewissen mehrwert der kampf wie gesagt echt cool gewesen ogremon hat hier wieder auf den sack gekriegt hat dann hier wieder verloren aber das große highlight oder das große special in dieser folge ist dann ja auch gewesen dass hier metall thoranomon aufgetaucht ist und das in so einer gotzillamania will ich schon fast sagen mit dem blitzen hinten auf dem rücken wie gotzilla wenn der seine elektro radioaktiven strahlenfeuer hat sage ich jetzt mal so der ist erschienen und der ist ja ein ultra level die die man und das hatten wir so glaube ich bisher in den ersten neuen folgen noch nicht wir nehmen jetzt mal die ersten zwei folgen beiseite da war ja sowieso alles ein bisschen ja ich weiß gar nicht wie ich das sagen soll ein bisschen außerhalb der reihe mit omnimon und so aber das hat sich dann ja doch gewandelt und wir haben jetzt mit mit metall thoranomon das erste krasse ultra level die die man bekommen und auch ein bisschen gezeigt bekommen dass ultra level die man doch ein anderes level sind und das im wahrsten sinne des wortes das war nicht beabsichtigt leute und dass hier die kinder keine chance haben mit ihren digimon ogramon ist dann hier aber in dieser folge sozusagen vom antagonisten zum ehrenhaften rivalen hinüber zum helden geworden denn ogramon hat sich letzten endes so scheint es zumindest jetzt geopfert um den kindern zur flucht zu verhelfen er hat sich gegen metall thoranomon gestellt weil er ersetzt wurde und ich fand es auch echt cool dass ogramon irgendwie die ganze zeit so naja so dümmlich gesprochen hat ebenso als wäre er so ein neandertaler wie man das aus so filmen kennt ja keine ganzen richtigen grammatikalisch korrekten sätze benutzt und so und dann letzten endes aber dieser heroische move den er hier gemacht hat das hat mir mega gut gefallen und davon würde ich gerne mehr sehen das war ja auch so etwas in die mon 1 und die mon 2 was oder auch 3 man kann es ja generell über die mon sagen was was bei dem und so ein aushängeschild ist dass man es schafft die leute emotional auch in gewisser art und weise abzuholen das war jetzt natürlich keine riesigen riesiges emotionales gebilde aber es war trotzdem doch schon gerade für den beginn dieser serie hier eine ganz ganz feine sache ja leute und das war es auch schon so im groben von dieser folge über die musik muss ich noch mal reden leute denn die musikunterwandung gefällt mir echt mega gut bei digimon adventure 2020 das habe ich echt nicht erwartet ich hatte mir gedacht dass hier vieles reused wird was wir schon von der allerersten staffel von digimon kann aber nein hier wird wirklich zum großteil ein eigener soundcheck benutzt der auch an vielen punkten sehr sehr gut passt und ja über die digitationsmusik und so will ich heute gar nicht so sehr reden wo ich aber darüber reden will sind noch so ein paar andere sachen zum einen ist etwas bestätigt leute es ist nämlich bestätigt worden dass digimon adventure 2020 66 folgen bekommen wird und das sind einfach mal so zwölf folgen mehr als die erste die ur digimon serie auf der ja das ganze auch so ein bisschen basiert dass das einfach mal zwölf folgen mehr sind ich persönlich habe natürlich eine theorie woran das liegen wird es wird sehr wahrscheinlich daran liegen dass wir die digimon dieses mal alle aufs mega level digitieren sehen werden ich hoffe das war grammatikalisch korrekt ja das wird damit sicherlich zusammenhängen und ich freue mich da persönlich sehr drüber das heißt über ein jahr bekommen wir hier digimon content und da freue ich mich persönlich drüber weil ich jede folge von digimon adventure 2020 genieße was ich aber so ein bisschen skeptisch beuge und darauf haben wahrscheinlich die meisten von euch gewartet dass ich darüber spreche ist die preview zur nächsten episode denn die preview zur nächsten episode zeigt uns etwas wo viele von uns nicht so mega bock drauf haben oder so ein bisschen sich denken das ist zu früh das ist nämlich metallgreymon ja leute in der nächsten folge würde schon soweit sein dass greymon zu metallgreymon wird und das müssen wir einfach mal festhalten und das passiert bevor tk überhaupt aufgetaucht ist so richtig aufgetaucht ist in dieser serie patamon überhaupt so richtig aufgetaucht ist die beiden fehlen einfach noch komplett okay kari leute aber selbst die haben wir schon gesehen ja kari absolut verständlich dass die erst später kommt aber tk ist einfach noch nicht zu sehen gewesen oder takeru wie er ja auf japanisch heißt überhaupt nicht da gewesen aber hauptsache wir bekommen schon metallgreymon und der aktuelle antagonist den wir haben ist devimon und devimon ist ein champion level digimon leute was wird passieren greymon digitiert zu metallgreymon und dann klatscht er einfach devimon mit einem gigaschlag aus dem leben also da bin ich wirklich ein bisschen skeptisch und ein bisschen frage ich mich auch wieso wird das jetzt so früh gemacht wieso geht man nicht einfach den weg und schaut erst mal dass man hier tk mit an den start bringt mit patamon ja gar keine frage leute ich bin offen für neue wege und ich hoffe auch dass sie das irgendwie cool lösen werden vielleicht wird es auch nicht immer so sein dass die ultra digitation gewährleistet ist aber trotzdem frage ich mich da warum das jetzt gewählt wurde denn auch in digimon adventure also der alten urserie hat man es ja auch mal geschafft dass champion level digimon es irgendwie mit ultra level aufnehmen konnten ich sage jetzt mal andromon oder einfach hier monstermon hatten wir ja schon die mon die auf dem ultra level waren und gegen die man sich trotzdem stellen konnte obwohl die mon nur auf dem champion level waren weil man da so gewisse techniken behandelt hat sage ich jetzt mal so ich bin skeptisch bin aber auch offen dafür wie das gelöst wird was sagt ihr dazu wie seht ihr das ganze seht ihr es auch zu schnell dass das ganze zu schnell abgehandelt wird auch wenn wir die mega level digitation sehr wahrscheinlich noch bekommen werden und das deshalb vielleicht ein bisschen schneller gemacht wird ich es dennoch ein bisschen zu flott jetzt könnt ihr mir aber eure meinung in die kommentare schreiben wie fandet ihr das ganze sagt ihr das ist irgendwie zu schnell das ist zu gerusht wie fandet ihr die folge generell fandet ihr sie wie ich eher sehr gut sehr unterhaltsam sehr emotional von der musik auch das alles gerne mal in die kommentare gerne auch ein däumchen nach oben da lassen leute supportet diese review reihe hier gerne und zeigt mir dass ihr darauf bock habt und vor allem die kommentare leute lasst uns diskutieren ich mache diese videos egal wie viele klicks sie kriegen weil ich mit euch diskutieren will deswegen haupt eure kommentare unten rein leute soziale medien kennt ihr auch alle unten in der video beschreibung und ich wünsche euch jetzt wie immer noch einen wunderschönen tag ich sage tschau und tschüss und hoffe wir sehen oder hören uns spätestens im nächsten video wieder